Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Coi-Consult, Coi-Talk-Podcast. Mein Name ist Robert Jung-Nischke und wer meinen Podcast länger verfolgt hat, der weiß, dass ich eine doch lange Pause gemacht habe. Und ich muss sagen, ich musste mich zunächst einmal vom Energieschock erholen, der uns ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger ereilt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht, aber als letztes Jahr sich diese Energiekrise in der vollen Breite abzeichnete und als dann auch unsere europäische Politik mit dem Embargo gegen Russland ernst gemacht hat, da musste ich erstmal ganz schön schlucken. Denn natürlich habe ich schon versucht, meinen Coi-Teich so energiesparend wie möglich zu bauen, aber einfach aufgrund von baulichen Gegebenheiten ist zum Beispiel meine Filtertechnik weit vom Teich weg. Und das bedeutet, ich brauche relativ große Pumpen, um 100 Kubikmeter die Stunde fördern zu können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir die, ja, diese, diese, diese ganze Wahnsinn, der hat mir im Moment die Lust am Hobby genommen. Und darüber möchte ich in diesem Video so ein bisschen berichten und auch möchte ich berichten, wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht. Ja, mein Name ist Robert Jung-Nischke. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigeter Sachverständiger für Coi-Haltung, Coi-Teichbau und Coi-Bewertung. Und in dieser Funktion mache ich vorwiegend Gerichtsgutachten und Gutachten für Versicherungen. Ich bin auch freier Sachverständiger für Aquaristik und für Schwimmteiche. Und auch da mache ich das ein oder andere Gutachten. Ansonsten bin ich, war ich, bin ich, war ich, ich muss mal überlegen, begeisterter Coi-Hobbyist und bin von dieser Energiekrise, die sich ja schon im September 21 abzeichnete, doch ziemlich überrascht worden. Und ja, wirklich auch auf dem linken Fuß erwischt worden, denn die Energiekosten, die sich jetzt nach den Preiserhöhungen ergeben haben, sind im Grunde nicht mehr so hoch, dass ich das guten Gewissens machen kann. Denn es ist schon pervers, wenn man sieht, was man dann jeden Monat für Geld nur für einen Coi-Teich ausgibt. Und da muss ich gestehen, wenn ich sehe, wie manche Leute jetzt durch alleine schon durch die Pandemiekrise ihren Job verloren haben oder eben am Minimum rumkrebsen und jetzt durch die Energiekrise auch viele Menschen in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil sie die hohen Energiekosten und die daraus resultierenden Folgekosten nicht zahlen können, da muss ich schon sagen, bin ich sehr bedrückt und kann auch nicht mehr guten Gewissens hier Hunderte von Euro jeden Monat sozusagen im Teich versenken. Ja, stellt sich die Frage, wie macht man dann weiter? Und ja, meine erste Maßnahme war, ich habe im letzten Jahr dann, als das sich abzeichnete und als ich auch abzeichnete, dass die Gaspreise explodieren werden, habe ich sofort meine Teichheizung ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wer von euch es verfolgt hat, wer von Ihnen es verfolgt hat. Ich habe ja vor zwei Jahren mir die Wärmepumpe weggebaut und dafür eine Gasheizung hingebaut. Ich muss sagen, das hat auch hervorragend funktioniert, zumindest solange Gas bezahlbar war. Ja, jedenfalls, ich habe sie ausgeschaltet und dann, als der Winter kam und es kalt wurde, habe ich erstmalig, seit ich diesen Teich habe, und das ist seit 2004, den Teich im Winter abgeschaltet. Und ich muss sagen, bisher hat es gut funktioniert. Ich habe toi, 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 schnell mal auf Holz klopfen, keinen Fisch dadurch verloren. Ich habe wieder mal einen Fisch verloren, ja, aber das ist halt immer so, weil es gibt nun mal Fische, die kaltes Wasser nicht vertragen, die eben aus warmen Gebieten Japans kommen und die deswegen auch relativ warm überwintert werden müssen. Ja, und deswegen ist dieser Fisch dann auch gestorben, aber der Rest der Mannschaft, der befindet sich in einem guten Zustand, hält Winterruhe und hart des Frühlings, der dann hoffentlich jetzt Anfang März bald kommen wird. Ja, und wenn ich dann auch überlege, das Jahr davor, also den Winter 2021 auf 2022 genau, da hatte ich auch noch meine Quarantäne in der Garage, wo ich mir schöne kleine Dainichi-Schobas gekauft hatte, die ich dann in meiner Garage noch habe wachsen lassen. Auch diesen Luxus habe ich mir in diesem Winter verwehrt, weil ich einfach nicht bereit bin, diese hohen Kosten zu tragen und mal ganz davon ab, es macht einfach auch keinen Sinn. Ja, wie geht es dieses Jahr weiter? Also dieses Jahr werde ich sagen, werde ich den Fokus legen auf das Thema Energieeinsparung. Das heißt, ich werde meine Teichanlage nicht mehr so betreiben, wie ich es für optimal halte, sondern ich werde meine Teichanlage so weit runter reduzieren, wie es eben nur geht, sodass ich mit möglichst geringen Stromkosten dennoch gesunde Fische halte. Das bedeutet natürlich auch, ich muss mich in der Anzahl der Fische reduzieren. Das heißt, ich werde im Frühjahr, wenn die Saison wieder losgeht, noch mindestens ein Drittel meiner Fische verkaufen. Denn ich weiß nicht, wer es noch sich erinnert, aber mein Fischbestand, der war schon deutlich über 100 Fische. Und ja, ich weiß, es ist unvernünftig, aber ich bin nun mal Keuliebhaber und Keusammler. Aber das muss sich jetzt eben ändern, weil wenn ich die Umweltrate reduziere, wenn ich auch die Frischwassernachspeisung reduziere, wenn ich die Spülintervalle meines Trommelfilters reduziere, alles Dinge, mit denen ich Strom einsparen werde, dann muss ich auch meinen Fischbesatz reduzieren. Und das wird jetzt dieses Jahr so das Gesamtprojekt sein, dass ich versuche, mich an den Mindestanforderungen für die Keuhhaltung zu orientieren. Und ich werde mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit im Frühjahr auch die Heizung nicht einschalten. Ich muss ja sagen, das muss ich ein bisschen einschränken. Es hängt jetzt wirklich davon ab, wie die Fische aus dem Winter kommen und ob ich mal eine Parasitenbehandlung machen muss. Dann werde ich entscheiden, ob ich mal kurzfristig die Heizung anmache, um einfach den Teich schneller auf die Umgebungstemperaturen zu bringen, damit die Fische dann auch ihr Immunsystem wieder hochfahren können oder damit das Immunsystem dann wieder hochfährt und die Fische sich wieder selbst helfen können. Also wird es in diesem Jahr sicherlich spannend werden, denn eins steht mal fest, wir werden keine günstigeren Energiekosten mehr bekommen. So und hier sei mir der Hinweis gestattet, auch hier der ein oder andere wird es wissen. Seit zwei Jahren beschäftige ich mich hauptberuflich mit unserer Energieversorgung und mit den Gefahren, die daraus resultieren, dass sie eben ja im Grunde immer mehr kaputt geht. Wer dazu mehr Informationen haben möchte, der sollte einfach mal auf meinem anderen YouTube-Kanal schauen. Den Link mache ich in die Videobeschreibung. Da informiere ich mindestens zweimal pro Woche über die aktuelle Situation unserer deutschen Energieversorgung. Ich erläutere da auch, warum unsere Energieversorgung immer mehr den Bach runter geht und dass das menschengemachte Probleme sind, die nicht sein müssten. Gerade jetzt habe ich ein Video veröffentlicht zum Thema E-Mobilität, wo ich anhand von Zahlen, Daten, Fakten belege, dass E-Mobilität nicht nur nicht funktioniert, sondern die E-Mobilität macht für uns die Mobilität deutlich teurer, bei eingeschränkter Qualität und vor allen Dingen bei eingeschränkter Mobilität. Denn wir werden nicht mehr zu jeder Zeit an jeden Ort fahren können, weil der Strom rationiert werden wird, weil es nicht mehr genug Strom gibt, weil ja immer mehr Wärmepumpen und immer mehr E-Autos, zudem noch immer mehr Digitalisierung und was da alles noch so passiert, den Strombedarf in die Höhe treibt. Wir aber immer mehr Kraftwerke abschalten und damit eben die Stromversorgung zwischen dem, was wir brauchen und zwischen dem, was wir haben, eine große Lücke erzeugt. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, den Link zu meinem zweiten Kanal, den findet ihr unten, auch den Link zu dieser passenden Internetseite. Und ich mache euch auch einen Link dahin zu einem Newsletter, den ich regelmäßig mache, wo es weiterführende Informationen, exklusive Informationen, aber auch Warnungen gibt, wenn sich zum Beispiel ein Brownout abzeichnet, also eine Stromrationierung aufgrund von Strommangel. Auch dazu eine kleine Info noch am Rande auf diesem Kanal. Wer in Baden-Württemberg wohnt und wer in Bayern wohnt, die sollten sich schon mal für ihren Keuteich eine Notstromversorgung organisieren. Wer da weitere Infos braucht, ich verkaufe mittlerweile auch Notstromlösungen. Vor allen Dingen kann ich auch zu dem Thema sehr gut beraten, denn das Problem ist einfach, Transnet BW hat jetzt seit Dezember letzten Jahres schon viermal warnen müssen, das letzte Mal letzten Freitag, dass der Strom möglicherweise knapp wird und hat die Verbraucher gebeten, den Stromverbrauch zu einer definierten Zeit zu reduzieren. Es wurde dann zwar immer gesagt, es bestand überhaupt keine Gefahr, aber wenn man sich die Begründungen ansieht, dann weiß man, das ist vorgeschoben. Das entspricht nicht den Tatsachen und auch nicht der Wahrheit. Das heißt, hier stand ein Strommangel bevor. Und für alle, die dies nicht genau wissen, am 15.04. werden mit fast hundertprozentiger Sicherheit die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. Und dann fehlen in Bayern und Baden-Württemberg drei Gigawatt an Leistung. Und diese drei Gigawatt können nicht so einfach kompensiert werden, weil einfach die anderen Kraftwerke und vor allen Dingen die Windkraftanlagen, die dann diesen Strom produzieren sollen, in Norddeutschland stehen. Und weil die fünf Leitungsprojekte, die eigentlich dazu da sein sollen, den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu transportieren, noch längst nicht fertig sind. Wir reden hier von 2028 bis mindestens 2030, bevor die fertig sind. Also das wird noch lange dauern. So, und das bedeutet in Baden-Württemberg und auch in Bayern, wenn dann die letzten Kernkraftwerke weg sind, dann wird es verdammt eng mit dem Strom. Und das wird im Sommer für jeden Keuhalter eine Challenge, dann seine Fische am Leben zu halten. Und deswegen macht es auch Sinn, sich jetzt schon Gedanken zu machen. Und wenn Sie meinen anderen Kanal schauen, Wenn ihr meinen anderen Kanal schaut, werdet ihr auch sehen, dass ich das alles mit Zahlen, Daten, Fakten belege. Also das sind hier keine Panikmachsachen, sondern das ist blanke, leider muss man sagen, blanke Realität. Und darauf müssen wir uns einstellen, denn, und das ist das Allerschlimmste an dem Drama, die Kiste ist mittlerweile so verfahren, weil immer mehr zuverlässige Kraftwerke abgeschaltet wurden und weiterhin abgeschaltet werden und es keinen Zubau an dem sogenannten Schattenkraftwerkspark gibt. Das ist der Kraftwerkspark, der dazu da sein soll, dann Strom zu produzieren, wenn Wind und Sonne sich weigern. Und das kommt schon mal häufiger vor. Ja, insofern steuern wir auf eine Energieversorgungskrise hin, die ihresgleichen sucht, vor allen Dingen in einem Industrieland. Und das alles ist für uns Keuhalter kein Zuckerschlecken. Und ja, ihr wisst selber, Sie wissen selber, wie das ist im Hochsommer mit ihren Fischen. Da darf am Teich der Strom nicht ausfallen, denn wenn die Fische gut im Futter sind, wenn das Wasser warm sind, dann reicht eine Nacht aus und ihre Fische sind tot. Ich habe gut vorgesorgt. Ich habe Notsauerstoff, ich habe ein Notstromaggregat, das automatisch zuschalten kann. Ich kann auch, oder meine Messwerte, die werden auch automatisch gemessen und es gibt eine Alarmierung. Insofern muss ich mir da keine großen Sorgen machen. Der Fischbestand wird bis zum Sommer deutlich reduziert, sodass auch das eine Entspannung bedeuten wird. Und dann schauen wir mal, was ich an Stromeinsparungsthemen noch finde. Ich weiß von zwei Herstellern von Pumpen, dass sie neue, sehr energiesparende Pumpen auf den Markt bringen. Ich werde darüber berichten. Und wenn ich Glück habe, darf ich diese Pumpen auch testen. Das wird dann ganz spannend. Und dann werden wir mal sehen, mit wie wenig Energie ein Keuhalterch betrieben werden kann und trotzdem gesunde Fische und vor allen Dingen auch ein schönes Wasser hat. Ja, deshalb bleiben Sie mit mir gespannt. Verfolgen Sie weiter meinen Kanal. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Wenn Sie Fragen zu dem ganzen Thema der Energieversorgung haben, wie gesagt, mein zweiter Kanal. Oder Sie schreiben mich am besten einfach direkt an. Einfach an info.call-consult.de eine E-Mail schicken mit Ihren Fragen oder über die Internetseite blackout-vorsorge-beratung.de. Beides sind Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten. Wenn Sie das Newsletter, was ich Ihnen dort verlinke, abonnieren, kriegen Sie eh exklusiv jede Woche wichtige Informationen zum aktuellen Stand der Energieversorgung und des Risikos für Stromrationierung. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Und wenn Ihnen meine Videos gefallen, dann abonnieren Sie doch bitte meinen Kanal. Teilen Sie meine Videos und schreiben Sie mir Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ihr Robert Jungnischke Und bis zum nächsten Mal.